Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, schon beim Lesen einiger Vorschriften im Mutterschutzgesetz wird eines sofort klar. Das Gesetz ist schon etwas in die Jahre gekommen und es wurde auch langsam Zeit, insbesondere sprachlich Veränderungen vorzunehmen. Insofern ist es gut und wichtig, dass wir das Gesetz in dieser Legislaturperiode grundlegend anpacken. Begriffe wie Lustbarkeiten, ich musste erst einmal konkret nachlesen, was Lustbarkeiten in Verbindung mit Mutterschutz zu tun haben, gehören dann nämlich der Vergangenheit an. Die ersten mutterschutzrechtlichen Vorschriften aus dem Jahre 1878 sahen das erste Mal für Frauen ein sogenanntes Beschäftigungsverbot von drei Wochen nach der Geburt ihres Kindes vor. Ich merke gerade, mit den Lustbarkeiten habe ich, glaube ich, etwas Neues hier in den Saal gebracht. Machen wir gleich bilateral. Nein, das machen wir nicht bilateral. Sie kriegen eine Minute länger, wenn Sie es uns erklären. Machen wir nachher. In einer Novelle der Gewerbeordnung wurde somit der Grundstein für den heute bekannten Mutterschutz gelegt. Mit dem Mutterschutzgesetz vom 24. Januar 1952, wir haben es eben auch schon gehört, ist dann wirklich auch ein Meilenstein geschafft worden. Der Mutterschutz hielt Einzug ins Grundgesetz, in dem in Artikel 6 jeder Mutter Schutz und Fürsorge garantiert wird. Wichtige Schutzregeln, die bis heute unverändert gelten, traten in Kraft. Heute, über 60 Jahre später, in denen wir den Mutterschutz zwar kontinuierlich verbessert haben, wissen wir aber auch, dass die Arbeits- und die Lebensrealität nicht mehr mit den Umständen von vor 60 Jahren übereinstimmen. Die Rolle und das Selbstverständnis von Frauen in unserer Gesellschaft haben sich eben auch grundlegend verändert. Was wir brauchen, ist eine verantwortungsvolle Abwägung zwischen dem Gesundheitsschutz für die stillende oder schwangere Frau und ihr Kind auf der einen Seite und auf der anderen Seite, müssen wir aber auch die Möglichkeiten schaffen, dass Frauen selbstbestimmte Entscheidungen über ihre Erwerbstätigkeit treffen können. Dabei ist es unsere Intention, die Chancen der Frauen zu verbessern und ihre Rechte zu stärken, damit sie ihrem Beruf während der Schwangerschaft und Stillzeit ohne Beeinträchtigung ihrer Gesundheit und der ihres Kindes weiter nachgehen können. Die Gefährdungen einer modernen Arbeitswelt für schwangere und stillende Mütter stehen dabei ebenso im Fokus wie die mutterschutzrechtlichen Arbeitgeberpflichten. Vor diesem Hintergrund ist es auch richtig, das Gesetz an die heutige Zeit anzupassen, wie beim mutterschutzrechtlichen Nachtarbeitsverbot, das in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr besteht. Momentan kann eine werdende Mutter in den ersten vier Schwangerschaftsmonaten in einzelnen Branchen wie in der Schankwirtschaft oder auch im Beherbergungswesen ausnahmsweise bis 22 Uhr arbeiten. Nach dem vierten Schwangerschaftsmonat ist eine Ausnahmegenehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde notwendig, die überwiegend auch erteilt wird. Die Aufsichtsbehörde muss zwar die Frau anhören, ein ärztliches Attest ist bis dato jedenfalls eben noch nicht vorgesehen. Künftig soll es dann aber möglich sein, dass eine werdende und stillende Mutter bis 22 Uhr dann tätig sein darf, wenn sie, und Frau Jüxler hat es eben schon gesagt, erstens sich ausdrücklich dazu bereit erklärt, zweitens aus ärztlicher Sicht nichts gegen die Beschäftigung spricht und eine Alleinarbeit ausgeschlossen ist. Mit diesen Kriterien stellen wir hohe Hürden zum Schutz der Frau auf. Behauptungen, der Arbeitgeber könnte Druck auf die Frau ausüben, um sie zur Arbeit nach 20 Uhr zu zwingen oder zu bewegen, das kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Wir haben hier sowohl das Schutzkriterium der Einbeziehung eines Arztes, so wie die Aufsichtsbehörde als Hüter des Mutterschutzgesetzes, die jederzeit ihrerseits eingreifen kann. Ich habe im Übrigen auch noch nicht davon gehört, dass eine Frau in der vorgeburtlichen Mutterschutzfrist von sechs Wochen vor der Geburt auf Druck des Arbeitgebers weiterarbeiten sollte. Ich bin davon überzeugt, dass auch die Arbeitgeber den Schutz von Mutter und Kind ernst nehmen, denn kein Arbeitgeber will sich vorwerfen lassen, dass er Mutter und Kind einer Gefährdung bewusst ausgesetzt hat. Frau Kollegin Zimmermann, Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit, und wir sollten hier nicht immer über irgendwelche Generalverdachte reden. Es gibt noch weitere Neuregelungen, die bereits in der letzten Legislaturperiode von der damaligen Bundesfamilienministerin Christina Schröder angestoßen wurden, wie beispielsweise den mutterschutzrechtlichen Kündigungsschutz für Frauen, die eine Fehlgeburt nach der 12. Schwangerschaftswoche erlitten haben. Bislang, und das ist für mich persönlich unbegreifbar, hängt der nachgeburtliche Mutterschutz davon ab, wie schwer das totgeborene Kind ist. Wiegt das Kind über 500 Gramm, ist die Frau vom Schutzbereich des Mutterschutzgesetzes voll erfasst, wiegt es aber nur 499 Gramm, fällt die Frau sofort aus dem mutterschutzrechtlichen Schutz vollständig raus. Mit dieser Änderung senden wir an die Frauen, die diese schreckliche Erfahrung machen mussten, ein ganz wichtiges Signal. Auch ihr seid künftig genauso wie alle anderen Mütter nach der Geburt vom mutterschutzrechtlichen Kündigungsschutz voll erfasst. Wie Sie sehen, wir werden den Mutterschutz auf diese Art und Weise zeitgemäß reformieren, ohne den besonderen Schutz zu verringern. Bei allen Überlegungen, für die die Überarbeitung der Mutterschutzregelung müssen wir Folgendes im Blick haben. So viel Mutterschutz wie zum Schutz der werdenden Mutter und des Kindes erforderlich, und so wenig Mutterschutz wie verantwortbar möglich. Wir sollten also keine Überregulierung auf den Weg bringen, die dann eine Diskriminierung der Frau zur Folge haben könnte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich spreche mir auch als junger Vater zu Ihnen. Und wenn ich das so beurteile, sind Mütter dann doch etwas Besonderes. Jeder von uns hat oder hatte eine Mutter und weiß auch sicherlich, was sie oder er an ihr hat bzw. gehabt hat. Bei mir ist das jedenfalls so. Und ich selbst bin mit einer Mutter verheiratet, nämlich mit der Mutter meiner kleinen zweijährigen Tochter Ida. Und wenn ich an diesem für mich besonderen Tag der Geburt zurückdenke, dann fällt mir eines dazu ein. Und Frau Präsidentin, ich bitte, dass ich das noch ausführen darf. Kleines, wundergroßes Glück, so kann man es, denke ich, definieren. Die Geburt eines Kindes ist wohl das Unglaublichste und Schönste, was man miterleben darf. Frauen sind während der Geburt einfach göttlich. Sie schenken Leben, entwickeln übermenschliche Kräfte und machen die Welt zu einer Besseren. Und wir Männer, wir stehen daneben und denken, wir hätten noch Größeres vollbracht, weil wir während der Geburt nicht umgekippt sind. Es ist doch ein unglaublich schönes und überwältigendes Gefühl, bei einer Geburt dabei sein zu dürfen. Nach so einem wunderbaren Erlebnis weiß man dann auch wirklich, wofür es sich lohnt, zu leben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns im parlamentarischen Verfahren die Dinge nun so auf den Weg bringen, dass von dieser Gesetzgebung auch viele Frauen profitieren und wir dadurch vielleicht auch dazu beitragen können, dass unser Land ein Stück weit besser wird. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Beermann. Als letzter Redner in der Debatte Paul Lehrieder. Vielleicht kann der Vorsitzende uns jetzt aufklären, wenn er das Gespräch beendet hat, wie das mit dem Thema ...